Wer unterstützt am meisten die Satanisten? Und wieso haben wir hier dieses ganz große Problem vor der Tür? Weil wir keine Steuer mehr zahlen, um den Satanisten die Blutopfer und die Kinderschänder-Rituale zu finanzieren. Was die Menschen mit den Tieren machen, das machen die höheren Ebenen von den Außerirdischen mit uns. Und die haben recht. Das heißt, ihr Satanisten draußen, nehmt das gar nicht im Übel. Ist es richtig, was ihr macht? Das ist einfach gerecht. Wenn wir die Kalten, das Lamm nehmen, den Hals durchschneiden und das aufessen, dann sage ich, nehmt die Menschenbabys und esst die Kinder. Versteht so, gleich Level. Für mich ist ein Fleischesser genau das gleiche Level wie ein Satanist, der die Kinder Zirbeldose entsaftet, Adrenokrom rausholt und ein ewiges Leben erhofft. Gleiche Level. Ich glaube, im Buddhismus war es oder in Veden heißt es, auf gar keinen Fall, wenn die Kinder Geburtstag haben, Fleisch zu bereiten oder Alkohol trinken. Da sagen die, ihr holt euch die Dämonen ins Haus. Wenn ihr Gäste habt, auch an den Geburtstagen oder Hochzeiten, auf gar keinen Fall Fleisch. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur nächsten Sendung mit Mr. Raw. Ich habe mich sehr, sehr lange auf dieses Video vorbereitet. Ich habe mein erstes Video schon vorgezogen, wo es darum geht, dass in den Heiligen Schriften, primär im Friedensevangelium der Essener, in der Bibel, die ein Kanon von verschiedenen Texten ist, das heißt, man kann gar nicht sagen, die Bibel, weil die Bibel hat mal diese Stelle drin, in Lateinamerika ist die Stelle drin, die Lutherbibel hat das noch drin, die andere Bibel hat das noch drin. Die Bibel ist ein Kanon von Texten und in diesem Kanon von Texten wurden manche Sachen rauszensiert. Die nennen wir Apokryphen und von denen habe ich einige zitiert im ersten Video. Schaut sie euch an. Sehr, sehr spannend. Jesus hat nie Fische geopfert, es waren Melonen. Jesus hat nie Tiere geopfert, es waren immer Früchte, die wir essen sollten. Mehr dazu in der vorigen Sendung. Jetzt geht es zum nächsten Thema. Wir schauen uns den Koran an, wir schauen uns die Veden an, die Bhagavad Gita und die Upanishaden, die heiligsten Schriften der Inder. Vorher aber noch ein Zitat von Jesus aus dem Friedensevangelium. Und zwar, damit ihr mal seht, wie tiefgreifend das ist. Also, erst nochmal zu diesen Opferritualen. Jesus hat es gehasst. Er sagte, diese Feste, wo er die ganze Zeit Tiere töte und es sind mir ein Gram. Und hier sagt er, und er duldet nicht, dass einer Schüssel voll Blutes durch den Tempel trug oder dass Tiere getötet wurden. Früher wurde in Tempeln Tiere getötet oder Blut dadurch getragen. Das hat Jesus nicht geduldet. Er sagte, sowas geht gar nicht hier im Tempel. Wer mehr darüber wissen will, schaut euch das andere Video an. Wir gehen jetzt zum Koran über. Ne, hier ist noch eine Bibelstelle oder besser gesagt eine aus dem Friedensevangelium, die anerkannt sind. Da heißt es zum Beispiel zum Thema Beschneidung. Was glaubt ihr zum Thema Beschneidung, Leute? Fragt jetzt mal ehrlich. Was glaubt ihr dazu? Sagt Jesus ja oder nein? Nein, wieso nicht? Ganz logisch. Und da fragte ihn einer und sprach, Meister, willst du, dass die Kinder aufgenommen werden in die Gemeinschaft, in gleicher Weise durch die Beschneidung, wie es Moses befohlen hatte? Und Jesus antwortete, für die, welche in Christus sind, gibt es keine Beschneidung noch Blutvergießen. Wenn die Beschneidung nützlich wäre, würde der Vater die Kinder schon beschnitten aus den Müttern erzeugen. Ganz logisch. Gott macht keine Fehler. Wir haben auch keinen Blindern, der umsonst ist. Wir haben auch keine Mandeln, die raus... Also Leute, ja, allein den Körper aufzuschneiden ist in vielen Religionen Sünde. Den Körper aufzuschneiden, Leute, ist etwas Hochheiliges, ist verboten. Ja, man soll den Körper nie öffnen, heißt es dort. Also, wenn die Beschneidung nützlich wäre, ja, also ich bin auch beschnitten, ich muss sagen, als Mann, ich sage euch ehrlich, ich fühle mich damit wohler. Und ich rede auch mit anderen, die beschnitten sind, die sagen das auch, in Afrika macht man es aus hygienischen Gründen, das mag sein. Und es hatte Vorteile, aber wenn man jetzt hier lebt, Hygiene betreibt und so, ist es gut als Schutz, wenn man vielleicht das nicht tut. Und wenn man es nur tut, wenn die Eichel nicht durchkommt, weil die vorher zu eng ist, das habe ich auch schon oft erlebt. Und dann kann man das machen, ja. Dann ist die Schulmedizin auch gut, Leute. Die Schulmedizin ist wichtig, um Sachen zu reparieren, ist wichtig für meine Diagnostik, für den MRT, ist wichtig, um sich nach einem Unfall zusammenzuflicken, aber nicht für chronische Krankheiten und ganz besonders nicht für Ernährungstipps. Wer zum Arzt geht und sagt, Arzt, was empfiehst du mir zu essen? Der hat eins nicht verstanden, der Arzt weiß darüber einfach nichts. Er hat nicht die Kompetenz, das zu beantworten, weil er in den acht Jahren, ich kenne sehr viele Ärzte, bin mit dem Regenaustausch, die kommen auch bei mir in die Beratung und lassen sich von mir beraten und scannen, weil sie eins gesagt haben, David, ich kann es dir hier sagen, wir hatten in den ganzen acht Jahren eine Schulstunde mit 45 Minuten, wo wir die Beziehung zwischen Ernährung und Gesundheit durchgenommen haben. Vitamine, keine Ahnung, Aminosäuren, was machen die? Keine Ahnung, Chlorophyll, Enzyme. Ja, also Leute, da sind wir einfach bei der falschen Adresse und da adressiere ich mich an euch, die Ärzte können gar nichts dafür. Guckt sie euch einfach mal an, der Arzt hat selber ein kaputtes Knie, der ist alt, der hat Diabetes, der kommt zu mir. Von dem Gesundheits-Tipps? Nicht unbedingt. Lieber von Jesus, vom Prophet, Mohammed, von den Weden und von den Heiligen. Von denen nehme ich gerne Ernährungstipps an, weil die waren fit und die waren klar. Und solche Leuten folge ich. Also, aber die wahre Beschneidung im Geiste ist ungemein nützlich. Bringet das Kind nach acht Tagen dem Vater und der Mutter da, dass es im Himmel ist. Nur Danksage und Gebet und lasst es in einem Namen geben von seinen Eltern und den Priester reines Wasser auf seinen Scheitel gießen. Gleich wie es geschrieben ist in den Propheten und lasst die Eltern darauf sehen, dass es Rechtschaffenheit auferzogen werde. Dass es weder Fleisch esse, noch starke Getränke trinke. Leute, ich bin so dahinter, dass mein Kleiner kein Fleisch isst. Mein Kleiner läuft auf der Straße und sagt, Papa, guck mal, die alten Leute, wie die aussehen, wie die auf der Straße. Da laufen so Oma mit Opa über die Krücke. Da sagt er, Papa, guck mal, diese Leute auf der Straße, guck mal, weißt du, wie sie so laufen? Weil die haben so viel Fleisch gegessen. Sag ich, gut, mein Sohn. Ganz genau so sieht es aus. Wenn man kein Fleisch ist, Leute, das werden in allen Schriften bestätigen, Fleisch ist einfach das Niederste, was man zu sich führen kann. Das ist der Tod persönlich. Ich habe früher Fleisch gegessen, ich verurteile keinen Fleischesser. Ich bin da nur sehr ernsthaft und ehrlich, weil ich dieses Thema mittlerweile so stark studiert habe. Ich habe mehrere Bücher darüber geschrieben, falls du noch nicht wissen. Ich habe 23 Bücher geschrieben und 4, 5 Bücher alleine über diesen Fleisch und Nahrungsmittelindustrie. Und was wir heute daraus geschaffen haben, ist ein Gräuel. Das ist nicht mal wie damals. Damals hatte es noch ein bisschen Würde. Heute ist es einfach nur Satanismus. Sorge dafür, dass es weder Fleisch esse, noch starke Getränke trinke. Du hast es vorhin gesagt, starke Getränke. Was ist damit gemeint? Energy Drinks Red Bull ist auch ein starkes Getränk, Leute. Kaffee? Es ist nicht nur Alkohol, es sind diese Drogen. Es sind Drogen, muss man einfach so sagen. Noch Geschöpfe verletze, die Gott auf den Menschen zum Schutze in die Hand gegeben hat. Merkt ihr, Leute, wieso soll mein Kleiner, wenn er ein Tier sieht, auch wenn er einen Ringwurm töten will, sag ich, hey, mein Freund. Du weißt, dieser Regenwurm hat auch eine Familie, der hat auch Papa und Mama. Der hat ein Nervensystem, der hat Schmerzen. Soll ich dir mal den Arm, dann packe ich ihn kurz und drücke kurz mal seinen Arm fest. Und dann sieht er mal, so fühlt sich an für den Regenwurm. Was sagst du jetzt? Okay, Papa, du hast recht. Das macht er drei, viermal, dann hört er auf, Tiere zu töten. Und deswegen glaube ich auch, als Mann ist es besonders wichtig, weil Frauen haben eine andere fürsorgliche Liebe und der Mann sollte zu Hause schon eine sehr strenge Linie fahren, damit sowas nicht vorkommt. Mein Kind hat einmal Fleisch gegessen, der hat gesagt, Papa, ich will unbedingt noch Würde sein. Ich habe gesagt, bitteschön, iss mal das Fleisch. Dann habe ich Ihnen die Bilder gezeigt, wie die Tiere geschlachtet werden. Dann habe ich Ihnen erzählt, was das ist. Dann habe ich Ihnen die Würmer im Bauch gezeigt. Ich habe ja super Bilder auch, wie der Darm von innen aussieht. Was passiert, wenn Leichenteile im Darm verwesen? Was passiert da? Was passiert, wenn Fäulnisbakterien... Habt ihr eine Maus mal auf der Straße verwesen sehen? Was entstehen da für Gerüche? Habt ihr schon mal eine Ratte in der Wohnung verfaulen sehen? Was passiert? Was kommt für Tiere? Aas, Würmer, heikles Milieu, sage ich mal. Ja, Übersäuerung, starke Azidose. Okay, ja, Alkohol. Und Jesus sprach zu ihm, lasst solche im Vorhof bleiben, die besoffen sind. Ja, die noch Alkohol trinken, sagt er. Also, guck mal, die muss ja vorstellen, diese Szene waren wie wir jetzt so. Der sagt hier, lasst solche im Vorhof bleiben. Die sollen erst mal auf der Terrasse sitzen, die Besoffenen. Bis sie sich gereinigt haben und von den gröberen Übeln, denn ehe dem sie dieses nicht begriffen haben und bereuen, sind sie nicht fähig, die größeren Mysterien aufzunehmen. Ein Priester, der die ganze Zeit Wein säuft, der kann nicht die größeren Mysterien des Christentums oder Gottes oder des Universums und der Natur verstehen. Wenn einer zu uns kommt, der Fleisch ist und starke Getränkte trinkt, sollen wir ihn aufnehmen? Und dann hat Jesus das geantwortet. Ja, also wenn der Fleisch ist oder starke Getränkte, nehmt ihn erst mal auf, aber lasst ihn bei euch im Vorhof. Der erzählt zur Gemeinschaft, ihr liebt ihn, ja, aber nicht reinholen, weil sie die ganzen negativen Energien, die er hat. Und das muss ich leider sagen, fühle ich und spüre ich und meine Leute hier auch. Ihr seid sehr, sehr feinfühlig. Ich bin sehr, sehr dankbar übrigens, mit euch zu sein. Ihr seid für mich diese heiligen Essener, von denen ich hier predige. Weil ohne euch wäre ich auch nur Hälfte von denen. Ihr seid wirklich diese Glaubensgemeinschaft, mit der ich mich da identifiziere. Eine Bruderschaft des Lichts. Wir spüren das alle. Ihr kommt auch zu mir und sagt, ey, der hat die Energie. Ich sage, ja, du hast recht und so, ich merke das auch. Wir sind sehr viel feinfühliger und deswegen, Leute, nehmt das ernst. In anderen heiligen Schriften, die ich hier zu Genüge liegen habe, heißt es, ich glaube im Buddhismus war es oder in Veden heißt es, auf gar keinen Fall, wenn die Kinder Geburtstag haben, Fleisch zu bereiten oder Alkohol trinken. Da sagen die, ihr holt euch die Dämonen ins Haus. Wenn ihr Gäste habt, auch an den Geburtstagen oder Hochzeiten, auf gar keinen Fall Fleisch. Wisst ihr, was passiert ist, als bei meiner Hochzeit kein Fleisch gegessen wurde? Meine Frau hat bis jetzt keinen Kontakt zu der jugoslawischen Seite. Die ist halb Kroatin, halb Sadin. Die Saden haben es gerade so angenommen. Die Kroaten haben gesagt, ich komme nicht zu einer Hochzeit, ich will mit dir keinen Kontakt mehr haben, weil es kein Fleisch gibt. Versteht ihr Satanismus heute? Und was habe ich meinem Schatz gesagt? Ich sage, Baby, besser so. Heute merkt man, wer lichtvoll ist und wer dem Dunklen dient. Und ich meine, wer so ist, bin ich nicht in meiner Familie? Jesus sagt hier übrigens auch, eure leibliche Familie ist nicht eure Familie. Er sagt, eure Familie sind die Leute, die in euren Geisten sind. Das ist eure Familie. Ja, und das ist für mich auch sehr, sehr wichtig und sehr stark. Ihr müsst euch nicht mit diesen Leuten abgeben, die evolutionsbiologisch neben euch. Ja, das sind vielleicht gute Lernaufgaben etc., aber glaubt mir in euren Herzen, seid ihr für ganz andere Leute da. Okay? Also, wir haben gesehen, wieder viele Irrtümer aufgeklärt. Friedensevangelium, oh, auch sehr schön, Leute. Reinkarnation und Tod, ich habe es im ersten Teil schon erwähnt. Jesus wusste, es gibt Reinkarnation. Jesus sagt, er ist auch der Wiedergekommene. Jesus sagt hier folgendes. Trauert nicht, wenn jemand stirbt. Noch weinet um ihn. Noch weinet um die, die euch verlassen haben. Sondern freut euch lieber über den Eintritt in das Leben. Was heißt das? Was heißt das? Es gibt eine Sterbensforscherin, Elisabeth Kübler-Ross, die ein so dickes Buch geschrieben hat, nach tausend, hunderten, zehnten, zehn Jahren oder jahrzehntelanger Erfahrung mit Toten. Also mit Menschen, die sterben, die man mit Defibrillator zurückholt oder die sterben und die dann wieder aufwachen und was die erzählen. Und die sagen immer das Gleiche. Immer alle durch die Bank weg. In jeder Kultur. Immer gleich. Die sagen, ich sterbe, ich sehe meinen Körper von oben. Es gibt auch Experimente. Die haben auf diese Lampe, also in Krankenhaus kommen Leute, die Autounfall hatten. Tod. Die holen sie mit Defibrillator zurück und hatten auf der Lampe Zahlen. Und haben gesagt, ey, hast du irgendwas gesehen? Ja, ich habe auf der Lampe die Zahlen gesehen und du hast an meinem Körper so rumgemacht und du das und jetzt bin ich wieder da. Das ist Wissenschaft, Leute. Das ist ja heute Bewusstseinsforschung und Nahtodforschung. Es gibt sogar Ärzte, die darüber mich geschrieben haben. Das ist also Fakt. Genauso Fakt wie die anderen. Und Jesus bestätigt das hier. Und jetzt wundert ihr euch, wieso die es rausgezensiert haben aus der echten Bibel? Wieso würde man sowas rauszensieren? Was bringt es ein Machthaber, wenn du nicht weißt, als du ein unsterbliches Wesen bist? Du kannst sie mit Angst quälen. Ey, wieso habe ich mit dieser ganzen Unternehmung keine Angst? Wieso war heute wieder eine Demonstration? Die haben uns die Scheiben eingeworfen und unsere ganze Eszenergemeinschaft, die juckt das gar nicht. Wieso haben wir keine Angst? Weil wir genau wissen, wir sind hier im Geiste Gottes. Wir brauchen uns gar nicht zu fürchten. Wenn die uns jetzt umbringen, mich töten. Glaubt, ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich sage, ey, ich habe mein Leben in einer sehr, sehr hohen Bewusstseinsebene gelebt, in dem ich diese Tiere nicht mehr getötet habe. Und da Leute wie Timo hier sind und andere, die von den höchsten geistigen Welten abstammen, weiß ich, dass wir hier alles richtig machen, Leute. Und da ihr da seid, auch. Und deswegen erstmal einen Applaus für euch, weil ihr gebt den ganzen Kraft. Super. Okay, also, wir haben gesehen, es gibt viele Missverständnisse in alten Schriften. Und jetzt kommen wir langsam zum Koran. Noch eins, ein letztes. Okay, ein letztes aus der Bibel, Leute, ihr seht. Ja, das ist jetzt echt die Bibel. Das ist sogar die echte Bibel. Also dieser Kanon von Texten, wo man zu Texten dazugehören hat. Jetzt sind, ja, in der Bibel. Nur Fleisch mit dem Leben drin, in welchem Blut esst, sollt ihr nicht essen. Und gewiss werde ich eure Lebenslust einfordern. Von jedem Tier werde ich es einfordern. Und von des Menschen Hand, von der Hand des Bruders, eines jeden, werde ich das Leben des Menschen einfordern. Was sagt der? Wenn ich jemanden töte, ah, da war ich wieder bei Bewusstseinsforschung, was passiert? Ich will mich wieder mit der Einheit aller Dinge verbinden. Das heißt, ich war vorher im Getrenntsein, im David-Ego, hab dem Timo geschlagen und das Tier umgebracht. Was erlebe ich wohl nach dem Tod? Ich erlebe, wenn ich mich verbinden will, was der Timo erlebt hat. Was das Tier erlebt hat, damit ich wieder ganz werde. Ich hab gesagt, Gott ist die Einheit aller Dinge, über die wir nicht reden können. Das heißt, um verbündend zu sein, muss ich mir das zeigen, was ich mir im Irrtum des Getrenntseins im Außen angetan hab. Ich hab's ja mir angetan. Ich hab das Tier getötet, aber ich hab ja mich getötet. Ich hab einen Teil von mir getötet. Und das spür ich nach dem Tod. Und wie nennt man das? Die Hölle. Weil für viele ist das sehr traurig dann. Die haben üble Albträume nach dem Tod, Leute. Ich sag euch eins, das ist auch Nahtodforschung, gell? Viele Leute kommen erschrocken zurück nach diesem Land, wo sie sagen, das war so schlimm. Und ich hatte so Albträume und es war so, uff. Da sag ich, ja, was hast du gemacht? Ja, ich hab Fleisch gegessen und ich hab halt ganz normal gearbeitet. Ich hab bei Heckler & Koch Waffen produziert. Ich hab bei Siemens Waschmaschinen gebaut, die im Krieg eingestellt haben. Versteht ihr, Leute? Was machen wir für Jobs? Was machen wir mit den Steuern? Und da sind wir im größten Problem. Wer unterstützt am meisten die Satanisten? Und wieso haben wir hier dieses ganz große Problem vor der Tür? Weil wir keine Steuern mehr zahlen, um den Satanisten die Blutopfer und die Kinderschänderrituale zu finanzieren. Was die Menschen mit den Tieren machen, das machen die höheren Ebenen von den Außerirdischen mit uns. Und die haben recht. Das heißt, ihr Satanisten draußen, nehmt das gar nicht Bübel. Ist es richtig, was ihr macht? Das ist einfach gerecht. Wenn wir die Kalben des Lamm nehmen, den Hals durchschneiden und das aufessen, dann sage ich, nehmt die Menschen Babys und esst die Kinder. Versteht ihr? Gleiches Level. Für mich ist ein Fleischesser genau das gleiche Level wie ein Satanist, der die Kinder zirbeldose entsaftet, Adrenokrom rausholt und ein ewiges Leben erhofft. Gleiches Level. Ich wüsste keinen Unterschied. Und Jesus macht auch keinen Unterschied. Er sagt, ich gebe dem das, was er den anderen gibt. Und das kriegen wir über die Satanisten ausgelebt. Deswegen danke den Satanisten, dass sie uns diese Erfahrung ermöglichen. Und jetzt kommen wir zum Koran. Der Koran ist eine heilige Schrift des Islam, die wörtliche Offenbarung Allahs an den Propheten Mohammed, vermittelt durch den Erzengel Gabriel. In spezieller Reimprosa verfasst, bestehend aus 114 Zensuren und untergeordneten Versen. Der Koran ist die Hauptquelle des islamischen Gesetzes Scharia. Weitere Quellen der Scharia ist unter anderem die Sunna des Propheten. Sie beschreibt Sitten, Bräuche, Werte, Normen, alle abrabische Stämme. Der Islam erkennt die Bibel und mit ihr seine beiden Vorgängerreligionen als gültig. Jedoch von Menschen teilweise verfälscht. Und da haben sie recht. Haben sie recht. Verfälscht. Verfälschtes Offenbarungszeugnis Allahs. Es gibt nur einen Gott. Im Koran wird sehr oft auf Stellen in der Bibel verwiesen. Und darauf, wie die Menschen mit den früheren Propheten verfahren sind. Ja, also viele, die glauben, hier Moslems, hier Christen, haben es nicht verstanden. In den meisten religiösen Ländern leben die Moslems und Christen auch zusammen. Bei mir genauso. Ich liebe meine muslimischen Brüder und Schwestern. Ich bin selber fast Moslem, weil ich die Schriften so studiert habe, dass ich sage, ich bin mehr Moslem, als viele, die sagen, die sind zum Islam konvertiert. Versteht ihr? Das ist echter Moslem. Islam heißt Hingabe. Werde ich tief in die Schriften? Also glaub mir. Allah würde das anders bewerten, sage ich mal, als wir meinen, ich mache meine Gebete und ich mache das und das. Nein, 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 darum geht es nicht. Es geht um echte Hingabe. Dass ich als Opfer, dass ich meine Südigkeit aufhöre zu essen, aufhöre böse zu sein, nicht mehr meine Frau schlage, nicht mehr die Tiere umbringe. Das sind Opfer, Leute. Nicht irgendwelche Tiere noch zusätzlich umbringen und sagen, bitte für den Allah. Ergibt das Sinn? Ergibt das Sinn? Checky? Danke. Okay, und das sagt der Koran auch. Jetzt sagt der Koran ganz klar, was sollen wir essen? Er bereitet euch die Erde zum Teppich und den Himmel zum Gezähl. Er lässt Wasser vom Himmel strömen und Früchte zu eurem Unterhalt hervorbringen. In der Koran wird immer wieder erzählt von Früchten, Datten, Feigen, Brot, genau gleich wie in der Bibel. Gräser und andere Dinge sollen da gegessen werden. So, was sagt denn noch der Koran? Menschen genießt, was gut und erlaubt ist auf Erden und folgt nicht den Stapfen Satans. Er ist auch so, er ist eiskalt, ich liebe das, ja, folgt nicht den Stapfen Satans. Er ist ja eure offene Feind und er befiehlt euch nur Böses und Schändliches und Dinge von Allah zu sagen, die ihr nicht versteht. Sagt man zu ihnen, folgt dem, was Allah offenbart, so antworten sie, nein, wir folgen den Bräuchern unserer Vorväter. Aber waren ihre Vorväter denn nicht unbelehrt oder falsch geleitet? Was will ich damit sagen? Wenn ich jetzt zu einem Muslim gehe und sage, hey Bruder, überleg mal, ob dieser Fleischkonsum bei dir noch in deiner Religion verankerbar ist oder ist es nur eine Tradition, die du von deinen Eltern, von den Eltern, von den Eltern übernommen hast und einfach falsch ist? Da sagen die, David, du hast recht. Ich merke, das passt nicht zu meiner Religion und dann merken sie in den Texten, finden sie die Schriften. Was sagt der Koran? Ich habe es hier dick an der Wand stehen. Wo viel Gemüse ist, werden viele Engel herabkommen. Allah wird mit niemandem erbarmen haben, der nicht erbarmen hat mit anderen Geschöpfen. Aha. Gleich, ihr seht, gleich wie Jesus. Kein Erbarmen, Karma, Ursache, Wirkung, einfach blitzblank erklärt. Ich liebe diese Heiligen Schriften. Sehr einfach. Das sind Perlen simpler Weisheit. Wenn wir die einfach in unserem Leben implementieren. Deswegen, ich liebe auch die Heiligen Schriften. Man könnte nur vom Koran, nur von der Bibel leben. Man bräuchte keine Biochemie studieren, nicht Darm. Leute, ich nehme den einen Satz mit Gärung im Darm, nicht kombinieren. Alles klar, ich mache das so. Danke, ciao. Diese Anleitungen sind für einen sehr, sehr reifen Menschen einfach eine wunderbare Anleitung. Wie ein Coaching, wie eine Anleitung zur Persönlichkeitsentwicklung. Wir müssen es nicht immer so dogmatisch sehen und sagen, oh dieser Gott, oh ich muss genau so und so und so. Ich habe das gemacht, ich sehe diese ganzen Schriften, aber ich stehe über den Schriften und lese sie alle. Ich bin nicht da untergeordnet, weil es gibt nur einen Gott. Und dieser eine Gott hat nicht gesagt, du musst das und das, sondern er lässt Erfahrungsräume, wir dürfen alles machen. Gott urteilt nicht. Sonst hätte er ja die Sünde nicht erschaffen. Gott ist ein spielendes Kind, es will alles erleben, wir entscheiden. Gehe ich diesen Weg oder gehe ich diesen Weg? Ich verurteile auch nicht die Satanisten. Ganz, ganz wichtig Leute, denn sie offenbaren einen Teil der Schöpfung, der ein anderes Dualitätsprinzip ermöglicht. Ohne das Böse, die Kinderschänder, die ganze Zerstörung auf der Erde, würden wir niemals sagen, ey wir müssen da raus. Wir müssen was Gutes, Göttliches schaffen. Früher in der Alleinheit aller Dinge, als alles zusammen noch war, in Gott geruht hat, da gab es einen Zustand unglaublicher Glückseligkeit und immer befriedigenden Friedens. Aber wie kann man den definieren? Wenn er Jahrmillion so ist, dann denkst du, was ist das für ein Zustand, der ist doch Standard bei mir, ich merke gar nichts mehr. Um sich wieder neu erfahren zu können und zu wissen, ah ich will wieder in Frieden, muss man erstmal den Leid erschaffen, muss die Pole auseinanderziehen, dualistisches System, diabolisch spielen und dann kann man sagen, ach krass ey, das war so schlimm, stimmt Einsamkeit, Trauer, Angst, das will ich nicht mehr, ich muss wieder in Gott. Ah, Gott ist ja die Weite, oh, dann bleibe ich dir Jahrmillionen da, so funktioniert Gott. Und dann startet er wieder, Gott ist so. Ja? Okay. Diese Prinzipien, die ich erkläre, habe ich übrigens aus Quantenphysik und diesen Sachen. Es ist nicht, was ich irgendwas erzähle. Ich nehme die Heikenschriffe aller Zeiten und ich nehme die Neustewissenschaft aller Zeiten und kombiniere es und beide sagen es gleich. Die Quantenphysik sagt, Gott ist so. Gott ist ein unendliches Quantenkontinuum. Eine göttliche Matrix, wie Greg Brandon sagt. Oder Professor König. Oder Professor Dr. Dürr. Oder Heisenberg, die großen Pioniere Max Planck. Ich habe die studiert, Bücher über sie geschrieben und ich kann euch eins sagen, die Quantenphysik bestätigt exakt das, was die hier sagen. Exakt. Okay. Menschen genießt, was gut tut, ja? Und folgt nicht den Bräuchen eurer Vorväter. Steht im Koran, Leute. Steht im Koran. Was steht da noch? Hier stehen auch die Suren übrigens, wen es interessiert, Leute, wer nicht bei der Forschung war, online, ihr habt leider jetzt, ja, den Kürzung gezogen. Wer hier jetzt später abfotografieren will, posten will, nehmt diese Zettel, hier stehen die Suren, recherchiert es nach. Ja? Ich habe mir nichts ausgedacht. Nicht anders ist es. Bis jetzt hat der Mensch nicht erfüllt, was Allah ihm gebot. Der Mensch sehe doch nur einmal auf seine Speise. Wie wir gießen den Regen in Güssen herab und spalten dann die Erde in Spalten und lassen hervorsprossen Korn, Weintrauben, Kräuter, Oliven, Palmenbäume und Gärten. Mit Bäumen dicht befandst, Obst und Gras für euch und euer Vieh. Da steht nichts von Fleisch. Und wenn man mal recherchiert, in diese Zeile wird immer genommen wird, wie man so ein Fleisch essen, da steht, verboten zur Speise sind Fleisch. Punkt. Und dann haben die, komischerweise, in dieser Zeit noch etwas drangehungen, nämlich Fleisch, wo noch Blut drin ist. Schweinefleisch. Steht da so in der Schrift. Aber am Anfang steht verbotenes Fleisch. Ja? Und da kann man einen Punkt machen. Damals waren die noch kranker. Die haben erst mal ihre Kinder geopfert. Dann haben wir gesagt, okay, wir gehen schon mal einen Schritt besser. Wir opfern nur die Tiere. Und heute wissen wir, wir opfern die Pflanzen und essen sie und opfern sie auf dem inneren Altar. Also wir sehen die Juden ganz klar gegen das Tierdruck von Tieren und für frische Rohkost. Buddha sagt ganz klar, wer Fleisch isst, kann niemals so Erleuchtung erlangen. In den Bhagavad Gita und den Upanishaden gibt es noch ganz andere Stellen, wo gesagt wird, der, der Rohkost isst, ist der, der Gewandtheit, Kraft, Lust und langes Leben erleben wird. Ja? Wer gekochte Darung isst, der wird Melanchoni, der wird Krankheit und der wird Leid erleben. Und wer vom Leib erschlagener Tiere isst, der kooperiert direkt mit der Dunkelheit. So wird es da beschrieben. Danke fürs Zuschauen. Macht einen Bio-Vital-Scan und wir stellen euch einen individuellen Ernährungsplan zusammen, der genau an eure persönlichen Bedürfnisse angepasst ist und auch nur die speziellen Superfoods enthält, die ihr auch wirklich braucht. Wir haben euer Interesse geweckt. Lest am besten eins meiner Bücher für noch mehr Hintergrundinformationen. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Euer David. und ich habe es im açude Release. Für die Aufmerksamkeit. Also ein bis zum Abschluss.